Hallo meine Lieben, ich bin Adel der Reisende und ich lebe in meinem Camper mit meinen zwei Hunden Gordi und Badin. Das sind die zwei Süßen. Wir sind gerade auf einer kleinen Wanderung zu einer wundervollen Bucht in Kreta. Und es ist wunderschön heute wieder. Richtig gutes Badewetter kann man sagen. Ja, gestern war es etwas windig. Das war ziemlich windig. Ja, was will ich heute erzählen? Also ich merke, dass ich wieder so ein bisschen rebellisch werde. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen hier und merke, dass ich immer mehr in meine Kraft wiederkomme. Und ja, ich sehe einfach meine Aufgabe mit diesem Kanal auch, Dinge bewusst zu machen. Also nicht nur die schönen Dinge des Lebens zeigen oder der Erde, sondern auch die Dinge, die nicht so schön sind, anzusprechen und bewusst zu machen. Und auch natürlich weiterhin, wie ich immer bin, Mut mache und motiviere, sich zu verändern. Ja, die Veränderung ist die einzige Konstante in diesem Leben oder so ähnlich sagt man noch. So sieht es hier aus. Schöne Bäume, Kiefernbäume und dann noch ein paar andere. Ja, also ich habe ja in meinem letzten Video und auch in meinem letzten Kurzvideo ja, paar Worte übersetzt, sage ich mal. Denn im deutschen Sprachgebrauch wird es ziemlich deutlich, was so geschieht. Ja, uns wird es schon durch die Worte ganz klar und deutlich gesagt. Und zwar, also ich möchte das jetzt nicht nochmal komplett aufrollen. Ganz kurz hatte ich ja gesagt, zum Beispiel Medikament, je nachdem, wie man das auseinanderschreibt. Medikament, wenn man das in Google Translate eingibt, lateinisch auf Deutsch, dann steht da übersetzt, sie werden uns töten. Also, ja, kann ich glauben. Also ich wusste das ja vorher schon, aber das Wort sagt es ja schon, die Übersetzung. Dann, Medikament, also zwei Abschnitte, also drei Worte, Medika und Ment, heißt, sie lügen uns an. Okay, oder so ähnlich. Dann, fiel mir noch auf oder wurde mir ein Kommentar mitgeteilt. Parlament, ist auch, ja, heißt auch, sie lügen uns an. Also, Parler heißt sprechen und Ment ist die Lüge. Ja, also, dass die Politiker uns anlügen, das wird schon ziemlich deutlich mittlerweile. Dann, ja, dann hatte ich ja noch ein Video, auch noch ein paar andere Sachen angesprochen. Television, also Television oder Fernsehprogramme zur Programmierung der Menschen oder, was gab es noch? Ist ja auch egal. Also, es gibt so viele Worte, wo das ganz deutlich wird. Und dennoch gibt es Menschen, die verstehen es immer noch nicht. Und die wollen das System quasi schützen. Natürlich, Medikament hat auch eine andere Bedeutung, so wie es wir in der Schule lernen, heilen oder was auch immer. Aber das ist, Medikamente uns heilen, das sollte eigentlich jedem klar sein, dass es nicht stimmt. Das ist eine reine Symptombehandlung, okay. Die Ursache wird dann nicht behoben. Der Körper, der gibt uns immer Botschaften und die Medikamente unterdrücken einfach diese Botschaften. Und dann kommt es nicht mehr ans Tageslicht, sage ich mal. Und dann, irgendwann kriegst du dadurch aber eine andere Krankheit, weil der Körper will dir was mitteilen, dass irgendwas in Disbalance ist. Ja, wie schön, oder? Ja, wunderschön. Okay, aber nicht jeder Mensch muss unbedingt jetzt hier nochmal rebellisch werden oder so. Das heißt das nicht. Es kommt drauf an. Es gibt immer Phasen im Leben, wenn du zum Beispiel noch nicht in deiner Selbstliebe bist. Dann kannst du Dinge auch nicht einfach so runterschlucken, weil die belasten dich. Wenn du in deiner Selbstliebe bist, dann macht es dir eigentlich nichts mehr unbedingt aus. Weil du gehst ja eh schon deinen Weg und konzentrierst dich auf dein Leben und tust dir möglichst Gutes. Aber wenn du nicht in der Selbstliebe bist, dann musst du dir eigentlich noch beweisen oder deiner Seele. Also du musst es nicht beweisen, aber du musst diese Prüfung durchgehen und lernen, Nein zu sagen. Auch mal rebellisch zu werden, zu deiner Wahrheit stehen und auch nicht mitzumachen. Nicht kämpfen unbedingt, sondern einfach nicht mitmachen und nicht mehr unterstützen, wozu du nicht stehst. Das habe ich ja auch in meinem letzten Video erzählt. Allein schon in deinem Konsumverhalten kannst du so viel bewirken. Ja, es ist egal, was du konsumierst. Nahrung oder Informationen oder Einkäufe, wo dein Geld hinfließt. Das unterstützt du. Ja, das ist klar. So, und dann wirst du vom Universum oder vom lieben Gott oder wer auch immer, wie man das auch nennen mag, alles das Gleiche, immer weitere Prüfungen kriegen. Also ich hatte das zum Beispiel vor zwei Jahren extrem. Da hatte ich innerhalb eines Monats diese Prüfungen durchlaufen. Ganz extrem. Also mit vielen Menschen bin ich in Konfrontation geraten. Und da durfte ich dann lernen, Nein zu sagen. Oder zu sagen, hey, stopp, hier ist die Grenze und nicht weiter. Ja, ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst. So, jetzt muss ich nochmal Gordi und Buddy rufen. Hey, komm mal hier. Der Buddy ist hier. Na, komm mal, der Buddy ist hier. Und der Gordi, der ist jetzt mal ganz weit vorne. Ja, ich muss ein bisschen auf die achten. Wir laufen nämlich ein paar Ziegen frei rum und ein paar Vöglein. Und manchmal haben die schon Lust, ein bisschen hinterher zu laufen. Gerade wenn ich filme, die sind nicht dumm. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön hier. Okay, wir gehen weiter. Ja, und dann habe ich durch diese Prüfung, ich habe wirklich gemerkt, dass das wirklich Prüfungen sind. Und ich habe dann immer wieder gemerkt, oh, cool, funktioniert. Entweder waren die Menschen nachher super freundlich zu mir und haben sich entschuldigt. Und dann lief es auf einmal. Oder sie haben sich von mir distanziert. Und da war ich dann auch happy. Ja, weil mit solchen Leuten brauche ich dann auch nicht Kontakt weiter zu pflegen. Und es kommen dann auch wieder neue Leute. Also die Spaltung auf dieser Erde ist gewollt. Wenn es zu extrem auseinander geht, ja, in den Meinungen, dann ist es auch okay, unterschiedliche Wege zu gehen. Die Wege werden oder sind schon, gehen schon auseinander. Es gibt zwei Zeitlinien, also ich sage mal zwei Grundzeitlinien. Es gibt unendlich viele Zeitlinien oder Paralleluniversen. Aber es gibt zwei Basiszeitlinien. Eine führt in die neue Welt, andere bleibt, da bleibst du in der konventionellen Welt. Und die ist aber eine Sackgasse. Die wird aussterben, quasi. Da werden keine neuen Leute mehr inkarnieren. So sehe ich das. Ja, wir sind jetzt schon an der Bucht. So sieht es da unten aus. Da laufen wir jetzt runter, aber das ist ziemlich steil. Da mache ich erstmal eine kleine Pause, eine kleine Redepause. Da machen wir jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 so wir sind da herrlich herrlich wir gehen aber bis zum ende des strandes und dann erfrische ich mich ja also ich habe ja von meiner prüfung erzählt die ich dann bestanden habe quasi indem ich zu mir stand immer wieder und auf einmal war es gut ich habe keine situationen mehr geschickt bekommen vom universum oder von lieben gott ja es war quasi ich habe diese prüfung gestanden und dann habe ich erkannt mega ich brauche diese situation gar nicht mehr du ziehst immer das an was du brauchst bzw es wird dir immer geschickt was du brauchst auch man kann so oder so sehen und ich brauchte das nicht mehr es war dann was anderes nächste nächstes level quasi level bestanden nächstes level und so war ich auch vorbereitet für den youtube kanal nach und nach wachs ich ja mit diesem kanal im selbstbewusstsein auch also ich habe mich so krass in den letzten anderthalb jahren dadurch entwickelt auch auch mit eurer hilfe quasi die wertschätzung hat mich auch mega aufgebaut und mich auch noch mal richtig in meinem selbstbewusstsein gestärkt und bestätigt dass ja dass ich den richtigen weg auch gehe und habe mich so quasi führen lassen und quasi gehe ich jetzt mit dem fluss des lebens ich erzwinge nichts würde ich auch keinem raten nichts zu erzwingen manchmal musst du dir schon ein stritt geben ja aber nur einen kleinen nur kleine stritte nämlich kleine schritte das ist kleine schritte gehst weil sonst verändert sich auch nichts dann entwickelt sich nämlich auch nicht weiter es geht im leben immer darum sich weiter die stetig weiterzuentwickeln stetig zu verändern wie ich am anfang gesagt habe die veränderung oder die stetige veränderung ist die einzige konstante im leben und nichts bleibt so wie es war in der welt und wir dürfen uns auch anpassen bzw auch bewegen nicht anpassen unbedingt sonst machst du das mit was die politiker wollen ja ach ist das nicht schön hier hier gibt es sogar sand ich habe meine stiefel an ich glaube hier bleiben wir sogar hier ist sand hier ja bleiben wir da hinten ist nämlich nur kies ok also ich bringe ich jetzt ins wasser erst mal und dann spreche ich über den fluss des lebens wenn du in einer selbstliebe angekommen bist oder schon oft schon gut auf dem weg bist und erkannt hast ja und was selbstliebe wirklich bedeutet nämlich zu sich zu stehen nicht zehntausend mal die affirmation zu sagen ich liebe mich ich liebe mich oder dich toll zu finden darum geht es nicht es geht darum im spielfeld des lebens zu beweisen oder dich zu behaupten in deiner selbstliebe ansonsten passiert da nichts natürlich helfen auch affirmationen weil diese affirmation bewirken dass du diese situationen an ziehst weil du manifestiert das dann indem du dir das immer wieder sagst wenn du sagst ich liebe mich ich liebe mich ich liebe mich dann schickt dir auch das universum entsprechende situationen und dann wirst du weil du hast ja dann gibt es angedeutet du willst dich lieben aber wenn du noch nicht in der selbstliebe bist dann kriegst du die situationen zugeschickt und dann darfst du ein schritt nach dem anderen dran wachsen und irgendwann merkst du cool ich muss mir nicht mehr sagen ich liebe mich ich liebe mich ja schon also für die die jetzt neu zuschalten früher habe ich auch immer gedacht selbstliebe ist irgendwie hat das mit dem ego zu tun aber ich finde mich cool ich sehe gut aus ich bin intelligent ich bin sportlich ja ich finde mich gut so wie ich bin habe guten body und so also ich fand das schon aber es war oberflächlich selbstliebe bedeutet selbstfürsorge und selbstwertschätzung dass man bestmöglichst für sich sorgt und zweitens zu sich steht und sich nicht mehr belügt nicht mehr dinge macht die gegen sein eigenen herz sein eigenes herz gehen so ich ziehe jetzt erstmal meine schuhe aus und dann rede ich weiter ja so jetzt gehen wir mal kurz mit den füßen ins wasser her kommst du auch mit herrlich wunderbar das sind zwei angsthasen heute sind die wellen ja nicht hoch gut also das ist my place ich verrate ja nicht mehr wo ich bin ich möchte solche plätze nicht der masse öffentlich machen und dafür werben und außerdem möchte ich auch meine ruhe haben wo ich gerade bin weil mich kennen ja schon einige leute ne also ich habe ja schon ein paar getroffen auch hier auf kreta die mich schon kannten von meinem kanal und deshalb mache ich das auch nicht so öffentlich ich bin auch kein typischer reiseführer oder so hier um zu zeigen wie schön kreta jetzt ist oder kommt alle nach kreta gibt noch andere schöne flecken ja was erzähle ich wo war stehen geblieben mit der selbstliebe ja und wenn du in deiner selbstliebe dann angekommen bist beziehungsweise du hast es bewiesen schon ein paar mal ja und hast verstanden was selbstliebe bedeutet und du bleibst auch dabei dass du nicht mehr dinge machst die gegen dein herz gehen sondern nur noch das macht was dir gut tut und ja deinem herzen spricht und dann sind wir bei dem fluss des lebens nämlich wenn du deinem herzen folgst dann kommst du in den fluss deines lebens in den flow und dann wird alles leichter dann wird alles leichter für dich es ist sowieso alles für dich das sowieso auch die probleme probleme pro steht für ja nicht contra und ziehst es contra lehme es ist für dich damit du daran wächst man kann es auch herausforderungen nennen oder challenges ja dann wächst du daran dann kriegst du auch auch größere probleme ja kann man kann es auch kriegen in anderen bereichen wo du noch ja noch etwas für dich dann lernen muss an lektionen selbsterkenntnis ist zu kriegen es ist alles ein weg der heilung innere heilung kann man auch sagen weil je nachdem haben wir noch einige schatten themen zu behandeln und tragen noch einige themen mit uns aus der vergangenheit oder sogar aus früheren leben karmische verstrickungen kann man auch sagen manchmal bedarf es auch einem heiler oder bestimmte methoden oder rituale ich habe ja schon in meinen früheren videos darüber erzählt was ich alles gemacht habe für mich in meiner transformationsphase und ich bin ja mittendrin immer noch aber es muss es nicht mehr so forcieren jetzt gehe ich einfach mit dem fluss mit dem leben und nehme das an was gerade kommt schaue mir das an beobachte es und frage mich nach dem sinn immer wieder was ist der sinn warum passiert mir das warum schickt mir das das universum oder der liebe gott warum kriege ich das zugeschickt schicksal oder zufall warum fällt mir das zu weil es fällig ist es gibt keine zufälle es kommt immer das was gerade fällig ist fängt auch in dem wort fall zufall halt jetzt merke ich es mir ein bisschen warm schon heute steht der wind also es ist kein wind heute steht die luft ich springe ganz kurz mal ins wasser mit dem kopf dann spreche ich noch weiter über den fluss des lebens auch wenn das hier kein fluss ist aber es ist kein stehendes gewässer oder ist das meer ein stehendes gewässer es ist immer immer in bewegung elbe und flut wellengang auf und ab und dann sei wie das wasser immer in bewegung die hunde waren auch im wasser den muss man muss man manchmal ein bisschen zwingen und dann freuen die sich dann freuen die sich schon da wollen die immer spielen und raufen gut herrlich herrlich ja warum zeige ich das hier oder mich ich zeige mich ja also klar weil ich mit euch rede muss ich mich ja zeigen kann auch so reden aber es bringt nicht so viel ich möchte euch ja anschauen dabei auch wenn ich euch nicht sehe ja es hat auch was mit selbstliebe natürlich zu tun dass man kein problem damit hat oder sich auch nicht so was so ein kopfkino macht was denken die leute von mir was können die leute von mir denken oder was halten die von mir denken bestimmt das ist aber ein selbstverliebter typ oder so gibt es gibt es natürlich auch leute die selbst noch nicht in der selbstliebe sind die verstehen das einfach nicht die schämen sich sogar die würden sich schämen sich zu zeigen ja es geht darum aus sich heraus zu kommen auch in der selbstliebe kann man sich zeigen und hat kein problem damit was andere von einem halten deshalb kann ich diesen kanal ja betreiben ansonsten würde ich dann denke ich mal zugrunde gehen je nach kommentaren die ich manchmal kriege ja da muss man schon manchmal schlucken was manche leute von einem halten ja nur weil man zu sich steht und sein leben genießt und auch glücklich ist mit dem leben so ja und jetzt möchte ich noch zum fluss des lebens kommen also nichts zu erzwingen man kommt dann oder man wird dann geführt immer wird ja so immer geführt und dann wird alles leichter also ich habe das gefühl in meinem leben wird alles leichter es ist alles immer für mich am anfang waren es noch diese probleme die für mich waren und nachher wenn du deine schattenthemen fast abgearbeitet hast dann ist dann merkst du das wirklich alles für dich ist weil du dann nicht mehr diese probleme kriegst oder du nimmst die probleme gar nicht als probleme wahr sondern als herausforderung aber sie belasten dich dann nicht mehr du machst dann einfach so weiter im vertrauen dadurch bin ich also immer weiter auch im vertrauen gekommen das selbstvertrauen hat auch was mit dem urvertrauen auch zu tun weil ich weiß dass alles genau so richtig ist und ich geführt werde und auch zeichen kriege dass ich geführt werde so wie im letzten video da habe ich dann gezeigt dass ich eine schlange gesehen habe also uns eine schlange quasi über den weg gelaufen in den dünen und dann habe ich dann auch noch am nächsten tag an einer ganz anderen stelle eine schlangenhaut gesehen wer das video noch nicht gesehen hat erzähle ich ganz kurz die botschaft dahinter ist das loslassen wie die schlange ja sich auch stetig zu erneuern weiterzuentwickeln und dazu gehört auch altes nicht dienliches loszulassen und dann erneuerst du dich und so kann man das auch sehen gut der buddy ist wieder da oben im gebüsch komm runter komm da kommt der buddy komm mal mit wir gehen mal da hinten hin komm wir gehen jetzt mal ans ende des strandes ja was noch also ich hatte vorhin so viele ideen was ich euch erzählen kann sei wie das wasser genau das wasser sucht sich auch immer den einfachsten weg also es geht nicht wirklich darum immer den einfachsten weg zu wählen sondern wenn du in deiner selbstliebe bist und dann im flow kommst und mit dem fluss deines lebens gehst dann wird der weg einfach so kann man es sehen wie der fluss im wasser ungefähr so kann man es sehen das ist das paradies also wir leben im paradies ja das sind meine farben ich liebe blau blau das ist meine lieblingsfarbe übrigens mit gold gold mag ich auch habe ich als kind immer gesagt aber dann sagte man mir gold ist keine farbe und dann habe ich mir eine andere farbe ausgesucht das ist gold äh quatsch blau gerade dieses blau wow ein bisschen schwierig hier zu gehen barfuß über diese steine mal gucken es ist gerade flut normalerweise kommt man trocken da vorbei da ist nämlich auch noch ein kleiner strandabschnitt da wollte ich eigentlich hin wir gucken ob die hunde auch mitkommen die sind da sehr neugierig also manche wellen sind schon heftig aua ja hier hier wollte ich hin und der gordy ist mitgekommen der buddy komm buddy ja komm ja man muss nur im richtigen moment rüber laufen ja also hier könnten wir uns auch hinlegen hier haben wir noch einen kleinen Bereich mit Schatten weil weil die Hunde brauchen schon ein bisschen Schatten ansonsten muss ich die ständig ins Wasser tragen wie vorhin ja jetzt geht es wieder los ne jetzt geht es wieder los ja der gordy will spielen na komm wir gehen wieder weiter komm wir gehen hier also es geht halt auch dann in der jetzigen Zeit auch darum die Möglichkeit gut zu tun deine Schwingung immer weiter zu erhöhen ja ja nicht immer wieder das gleiche machen was du vorher gemacht hast weil du musst es ja nicht du musst sich nicht beweisen mehr es sei denn du hast das Gefühl dich beweisen zu müssen ja jemand der das Gefühl hat sich beweisen zu müssen der ist noch nicht in der Selbstliebe so kann man das auch sehen so kann man das auch sehen wir gehen wieder langsam zurück ja und was zählt dazu sich möglichst gut zu tun also Schritt für Schritt sich leiten lassen oder sich zu überlegen was dein Herz möchte und dann schreibst du die Sachen auf was wünsche ich mir was sind meine Träume was möchte ich mir eigentlich erfüllen was für ein Leben wünsche ich mir möchte ich dass das immer so bleibt wie es jetzt ist oder nur für eine Weile oder ja mach dir einen Plan wann du was willst in deinem Leben und dann fängst du an das zu manifestieren erstens indem du dir das schon mal vorstellst wie es ist und wenn du das gemacht hast dann leitest du langsam die ersten Schritte ein in diese Richtung aber mit Leichtigkeit nichts unbedingt erzwingen du gehst nicht auf einen Fünfer Turm und springst da rückwärts runter mit einem Rückwärtssalto sondern du gehst dann erst mal auf einen Einer und springst da erst mal machst du erstmal Fußsprung und so kannst du das in deinem Leben auch machen dass du einen Schritt nach dem anderen dich leiten lässt und auch diese Schritte gehst ausprobierst wenn du noch nicht weißt wie dann musst du manchmal auch ausprobieren und dann gehst du einen Schritt nach dem anderen und manchmal merkst du okay da geht es nicht weiter bist du in einer Sackgasse gelandet und dann gehst du halt nochmal einen Schritt zurück und gehst in die andere Richtung anderen Weg zwei Schritte weiter und so gehst du dann ja das Leben ist nicht immer so dass wir direkt auf den richtigen Weg gelangen manchmal ist der falsche Weg wichtig zu erkennen was du nicht willst und wenn du weißt was du nicht willst oder was dir nicht gut tut oder dass es eine Sackgasse ist das ist dann schon mal wieder eine Erkenntnis zu dem was du willst wo du hin willst ja bei mir ist es auch so ich sage auch jedes Mal also Kreta ich bleibe hier auf Kreta und dann spüre ich aber später ja ne irgendwie habe ich so das Gefühl ich bleibe nicht hier ich werde jetzt natürlich hier eine Weile sein aber es wird mir irgendwann wahrscheinlich zu heiß und ich bin ein Reisender warum sollte ich irgendwo bleiben die Welt ist doch viel zu schön um irgendwo an einem Platz zu bleiben und ich möchte mich doch nicht mit meinen Hunden hier quälen bei der brütenden Hitze dann fahre ich doch lieber wieder in den Norden zu gelabert für ein Video reicht das heute ihr seht mir geht es gut auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag ein Video mache aber gerade deshalb geht es mir immer besser weil ich dann Zeit für mich habe und die brauche ich auch so wir werden jetzt noch den halben Tag hier entspannen und dann machen wir heute noch mal gucken was mir das Leben so bringt und ja ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Tag oder Abend wie immer und dass ihr von eurem Leben so geführt werdet und die Zeichen erkennt die Zeichen in welche Richtung es gehen soll in deinem Leben und dann nimmst du diese dankbar an und ja erfreust dich an die äußere Veränderung die mit der inneren Veränderung einher geht in diesem Sinne tausende von Küssen sende ich euch von Sonnenschein und Licht ganz viel Licht und alles Liebe euer Adel Ciao und